hey leute willkommen zurück mein name ist gelator und weiter geht's mit horizon zero dawn ja willkommen zurück und zwar nicht jetzt ein stückchen vorgelaufen und zwar bin ich jetzt hier vorne waren im letzten part glaube ich irgendwo irgendwo hier oder hier auf jeden fall das mit der sohn haben wir gemacht so und diesmal habe ich die hauptmission ein angenommen eine sucherin vor den toren ja richtig mal gucken was uns hier in dieser quest erwartet oh hier gibt's viele leifen ich bin dankbar für die wunde das war eine gute lektion für mich und du solltest auch draus lernen und zwar ich jagte einem graser hinterher so fixiert auf die beute dass ich nicht auf den weg achtete bis ich dann genau vor einer brutstätte stand du hast eine lektion erwähnt was lehrte dich die wunde als ich vor der brutstätte stand entkam meine beute und ich war starr vor lauter staunen einen kurzen moment war ich wieder ein kind das wie gebannt am lagerfeuer spannenden geschichten lauscht ich spürte ein mächtiges verlangen hinein zu gehen und dann griff der wächter an sie bewachen brutstätten es war ein harter kampf und ich zog mir diese wunde zu diese orte sind aus gutem grund verboten und das nicht nur weil sie gefährlich sind wir sollen nicht sehen was darin ist ich werde nie mehr schwanken diese narbe sorgt dafür aber du hast kurz etwas verspürt eine art entdeckerlust kann das wirklich so schlecht sein muss es wohl oder sonst hätte man mich nicht bestraft eine brutstätte was ist das du stammst aus dem becken da gibt es so etwas nämlich nicht eine brutstätte ist sowas wie eine art tür niemand weiß was dahinter ist es heißt dort werden maschinen gemacht oder dass es höhlen des bösen sind wo die geister der metallteufel hausen kommt wohl aufs gleiche raus wie auch immer sie sind verboten wo ist diese brutstätte das solltest du nicht wissen dann beschreibt den ort den ich meiden soll ein kluges köpfchen nur nicht klug genug um auf warnungen zu hören schön wie du willst ich hab's versucht es ist im norden hinter den rotdaunen in der wand eines berges aber denkt dran ich habe dich gewarnt okay das heißt dort geht gibt es oder geht es ganz hart zu aber das war gar nicht die quest oder brutstätte sigma nee das ist auf jeden fall nicht das was wir machen wollten wir wollten das hier machen ach so da ist die sona ist das die sona nee das ist maria sie ist es wie mit dem sucherzeichen die wachen sahen dich genau ich glaube ich muss zu der bist du maria bald sagt du kennst den weg nach meridian die karte hauptstadt westen ist die richtung aber ihre soldaten werden nicht lange vorher aufhalten wir werden sehen nein ich meine damit es gibt ein karte vor dass den weg von ost nach west bewacht es heißt die karte haben das tor verriegelt aus angst vor den verdorbenen maschinen im heiligen land wenn ich diese maschinen vernichte öffnen sie das tor wieder vermutlich aber die wird niemand helfen können wer redet von hilfe du solltest das tal ohne hilfe na klaro das hoffe ich so das karte fort liegt also im westen und dahinter meridian die karte nennen es tagturm es liegt nicht weit vom verlorenen dorf ein verlorenes dorf es gab einen namen doch der ist vergessen ich bin da geboren was ist passiert der krieg die karte vernichteten es bei einem raubzug ich war 15 jahre alt ich entkam doch viele andere nicht die nur haben sich an diesen ort zurückgezogen mutter krone wir überließen ihnen unser tal selbst jetzt wo der krieg vorbei ist ist das tal eine art puffer zwischen sonnenreich und heiligem land okay die verderbnis wie schlimm ist die verderbnis schon ich habe sie an maschinen unten im tal gesehen und auch weiter im süden sollen verdorbene maschinen sein was immer die verderbnis ist sie befällt nicht nur maschinen sie zieht ins fleisch und schwächt verletzte haben die verdorbenen maschinen schwachstellen feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen maschinen ein schwacher trost diesen fluch kann nur die göttin aufheben es sei denn wir finden heraus was dahinter steckt die mütter haben gesprochen wir können nur kämpfen und zur göttin beten mutter krone liegt am rand der heiligen lande stimmt dann seht ihr bestimmt viele fremde hier ja nicht hier in unserem dorf natürlich aber unten im tal seit dem kriegsende dürfen die fremden unser tal betreten und nur handeln mit ihnen wenn sie wollen es ist so eine art zwischen ort weder fremd noch heiliges land wenn du neugierig bist geht zur jägersiedlung es ist kaum mehr als ein häufchen schmutziger hütten und zelte aber fremde übernachten dort oft klingt als könnte ich dort mehr über meridian erfahren du kümmerst dich also hier um die verteidigung mutter krone verteidigt sich selbst im krieg hielt es 15 angriffen und drei invasionen stand wir halten durch glorreichen zeiten gerecht werden zu wollen hat schon viele getötet du weißt es nicht doch auch ich gewann eine erprobung wie du lag ich sehr weit zurück suchte eine abkürzung es wurde sehr knapp ich mit gebrochenem knöchel ans ziel dies ist keine erprobung maria es ist echt darum geht es nicht der posten hier in mutter krone ich wollte ihn unbedingt beim siegespreis dem ruhm der nora gerecht zu werden hat mich nicht umgebracht doch wenn es so kommt wenn ich bereit okay haben wir auf jeden fall viele informationen ausgequetscht und ich muss jetzt genau was gut auf dich auf ich hoffe du findest was du suchst das hoffe ich auch aber wie lange noch so verbotene zonen deckt wo ist das okay das ist stufe 15 und das ist stufe 15 warte mal 12 aber für stufe 15 ist ein bisschen krass also müssen wir auf jeden fall weiter jetzt doch die oberen mission wieder machen also spricht die hier weil hier ab level 15 da fühle ich mich doch glaube ich noch ein bisschen zu schwach weil wir gerade neu sind ja wenn wir auf jeden fall die obere mission weitermachen und dafür müssen wir hier gibt es noch ein nebenquest hier gibt es ja viele nebenquests ja ich nehme sie einfach mal an wir quatschen mit allen warum denn nicht schnellreisesystem ermöglicht dir schnelle siedlung blablabla die du bereits entdeckt hast ah warte mal kann ich jetzt per lagerfeuer hin und her reisen wo das schnellreisesystem du kannst karte öffnen die siedlung blablabla fordert schnellreisepaket ach so das heißt wenn ich will zum beispiel ich sage ich will hier hin und dann steht da reisen r2 ach so okay also paketen hier wollen wir nicht benutzen aber gut ich weiß dass wir jetzt auf jeden fall reisen können dennoch werde ich die ganzen quest jetzt erstmal nehmen mal gucken ja einfach mal annehmen du bist die sucherin die die ausgestoßen war meine jagdgesellschaft sie ist du hast die mörder bekämpft nicht wahr die von dem angriff bei der erprobung du hast viele leben gerettet ich wünschte ich hätte alle gerettet hast du hast du wie weit bist du den mördern gefolgt worauf willst du hinaus fürchtest du deine jagdgesellschaft wurde getötet es gibt schlimmeres als getötet zu werden was hatte deine jagdgesellschaft vor nach der erprobung waren wir so wütend wir wollten zurückschlagen und diese korrupten maschinen hatten spuren hinterlassen wir fanden sie in der dämmerung und kämpften voller brennendem hass aber in dunkelheit und chaos konnte ich nicht alles sehen sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein ich lief hinterher aber meine jäger sind deine jäger sind fort was ist denn schlimmer als der tod ich ich bin nicht wie du als ausgestoßen da könnte ich nicht leben ich fürchte meine freunde sind in den ruinen ich kann nicht dorthin sonst werde ich verstoßen aber ich kann sie auch nicht zurücklassen okay gerade die synchro von den lippen von den typen war bisher nicht so naja okay ist ja nicht schlimm sag mir was du willst sprich offen finde meine freunde wir wollten die korrupten maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht dass wir am rand der ruinen waren du bist eine sucherin du bist befugt teufelsdurst zu betreten aber bitte hab mitleid mit uns verrate nicht dass wir dort waren da musst du dir wirklich keine sorgen machen glaub mir mal sehen ob ich deinen freunden helfen kann so das haben wir angenommen wenn auf jeden fall die anderen die mission auch annehmen obwohl sie vielleicht vielleicht machen wir sie nicht sofort aber mal gucken wie lange die story ist und wenn ich dann immer noch bock habe das zu zocken so werden wir die dann auch wahrscheinlich dranhängen die mission mal schauen kriegerin mutter krone könnte deinen bogen gebrauchen ich bist doch eine kriegerin oder wir brauchen eber heute unser näher pflegt sich an mänteln und rüstung die finger wund im osten gibt es viele eber hinter den wasserfällen da treibt sich eine maschine herum als es sie sah ließ sich die beute fallen lief in deckung spannte den bogen aber dann es ist keine schande überlebt zu haben nein es mein ring hatte sich gelöst mein glücksbringer in der wildnis gehörte meiner mutters mutter vor langer zeit einer maschine aus dem rachen entrissen so sehr vertraust du auf einen ring nach allem was passiert ist brauche ich glück ebenso sehr wie der stamm diese heute mal sehen was ich finde kannst du helfen wäre ich dir dankbar ich bin am lagerfeuer wenn du zurück kommst ja wie gesagt wir werden auf jeden fall gucken jagdglück was sind das alles für quest das sind zur stufe zehn aber das ist sowieso sammel quest das ist nicht meine neben quest das ist ja hier sammeln mal was oder wie deswegen es gibt halt unterschiedliche quests nicht nur neben quest und haupt quest sondern aufträge banditenlager lang hälse jagdgebiete brutstätten materials und noch mehr unbekanntes biet ich glaube hier gab es immer noch zwei oder eine ach das ist schon ganz nah an gesund ja okay auf jeden fall da der hat noch was zu sagen dann schießt los du bist ja wer denn sonst die ausgestoßene sucherin hast du ein problem damit du sollst ganz gut mit bogen und sperr sein richtig es heißt sogar du wärst die beste absolut das klingt irgendwie nach einer herausforderung und ich habe kein interesse ich habe wichtigere dinge zu tun verstehe die sucherin hat keine zeit für uns unbedeutende nora die jagd auf maschinen und plünderer geht vor richtig ich bin weder der verderbnis begegnet noch habe ich mit dämonen getanzt aber ich habe im taltreff jagdgebiet schon ein paar sonnen gewonnen du auch oder hatte ich die suche noch nicht so weit geführt sondern gewonnen äh was laberst du wie kamst du an diese sonne ich habe maschinen mit drei verschiedenen pfeilarten erlegt eis schock und feuer falls du eine prüfung ablegen möchtest bring deine ausrüstung mit aber ein sucher ist bestimmt immer gerüstet oder naja teils du warst in einem jagdgebiet in taltreff ist das noch im heiligen land kommt darauf an wen du fragst es gehörte uns mal aber seit den roten raubzügen ist die grenze etwas umstritten die meisten nora vermeiden es aber die stammütter verstoßen niemanden wer dorthin geht zum jagdgebiet der aufseher ist ein kader er kann keinem die prüfung verwehren aber tritt nicht zu stark auf er hat so viel angst vor den nora er würde sich zu tode erschrecken provozierst du jeden mit dem du redest nur suche mit roten haaren und legendärem ruf und wie oft kommen solche vorbei du bist für heute die erste falls dich deine suche ins jagdgebiet führt versucht doch eine blut sonne zu gewinnen wenn es dir gelingt hast du mich geschlagen so gut wie erledigt dann was sollen wir eine blut sonne bekommen okay das ist auf jeden fall auch so nur ja wie durch das bezeichnen das ist so eine herausforderung wo du auf zeit was bestimmt eine prüfung halt machst auf zeit aber ja das möchte ich jetzt nicht unbedingt machen außerdem ist das hier level 18 wobei das level 8 ist naja wir wollen nach wie vor die haupt quest weitermachen und zwar die hier die rache der nora also muss ich auf jeden fall hier hoch okay das ist auf jeden fall noch ein langer weg 800 fuß na das wird ja lustig aber ich kann halt keine schnellreise dorthin machen weil ich erst mal ja quasi diese ja diese diese hier na wie heißt das denn jetzt da dieses lagerfeuer genau lagerfeuer erst mal aktivieren muss und dann kann ich per lagerfeuer hin und her reisen aber erst mal jetzt hier so lang begibt sich zum roten echo wir können auch natürlich einfach so direkt über das land laufen einfach hier so geradeaus aber wahrscheinlich ist das bullshit weil man ja naja weil es wahrscheinlich irgendwelche felsen im weg sind oder sowas deswegen werde ich doch schon so lang gehen wie mir das spiel sagt dass ich da lang gehen soll ja ich weiß deswegen sammeln ist auch auf so hier gibt es das nächste und jetzt gibt es rutschen gut so sehr schön okay hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein wo ich aber auch wie so ein rambo wieder durchlaufe jetzt machen hier so ein schockteil dafür kriegt er direkt erst mal ein auf die rüber ich wünschte ich könnte mehr abziehen mit diesem schlag weil er schon richtig krass der schlag das ist ja auch als hellerhoo nach dem kick hier na ja zum lücken roundhouse kick oder sind wir schon stufe zehn gekommen das ist ja nice da frage ich mich was die maximale stufe ist apropos stufe wir können auf jeden fall jetzt ein levelchen machen was wir haben einen punkt bekommen das ist ja schande ich weiß nicht kann man irgendwie alles lernen mit der zeit also ich muss halt gucken was gut ist ich weiß nicht was gut ist was ist denn gut auf jeden fall das haben wir schon gucke mal hier wenn er schon am boden liegt dann können wir den auf jeden fall noch mal fisten euch dass das das hört sich gut an können wir lernen ach das kritischer treffer ja ich denke mal wenn ihr halt voll stufe ist dass die dann auch wahrscheinlich auch ja volles leben hat beziehungsweise volles leben was laber ich da dass sie dann auch mehr punkte kann hat und wahrscheinlich auch dann alles lernen kann so gesehen wenn ich maximal level bin kann ich wahrscheinlich auch alles lernen ist jetzt eine vermutung von mir aber ich denke mal so haben sie das hier ausgerichtet damit du quasi alles können bis am ende und jeden weg gehen kannst so genau läufer real sagt uns wo läufer sind und dementsprechend können wir uns da so ein tier holen aber wie gesagt ich gehe auch gerne zu fuß da kann ich das ganze zeug einsammeln heilung und so fort und das ist mir dann doch schon ja erstmal jetzt wichtig keine ahnung wie später sein wird ob wir dann ja genug heiltränke und heilung und sowas haben aber jetzt sammle ich gerne den ganzen scheiß hier ein einfach wie gesagt damit wir das in der tasche haben und notfalls können wir uns dadurch heilen ich frage mich wie viel quadratkilometer diese spielwelt ist das kommt mir gelegen also wie gesagt der witcher 3 war ziemlich gigantisch wahrscheinlich ist das so die hälfte würde ich mir jetzt behaupten vielleicht auch genauso groß ich weiß es nicht nur gut weil so abschätzen kann ich das nicht weil ich sehe zwar die karte und es scheint auch sehr groß zu sein aber aber ich würde mal sagen das ist eventuell doch kleiner als bei der witcher weil bei der witcher gibt es ja richtig riesen arsenale wobei ich das spiel um gottes willen nicht miteinander vergleichen will beide sind toll definitiv und trotzdem gibt es hier viel zu erkunden da ist ein trutan oder trutan bleibt stehen da war doch noch gerade ein trutan macht da wrecked oder war doch zu zwei habe ich euch beide erwischt so das ist nice mal gucken ob wir den jetzt hacken können er sieht mich gar nicht der sieht mich überhaupt nicht na verdammt ihr wollt doch gar nicht angreifen ich wollte ihn eigentlich hacken also um auf den zu reichen jetzt kommt der kampf oder sieht mich nicht doch jetzt sieht er mich aus hey dass du doch weh du schweinepriester blechbüchse aber wieder rumtobt was stimmt denn jetzt mit dir man ich will dich doch nur hacken jetzt hast du den salat jetzt hast du vielleicht gibt es musst du sterben blechbüchse jetzt habe ich so viele heilungen gesammelt und jetzt geht es wieder meine heilung den berg runter was sind das denn für riesenmaschinen da hinten oder regmann schießen ganz ruhig äh feuer was schlund heißen die heißen die schlund oder feuerbeutel ne frachtbeutel feuerbrüllrücken na gut ich denke mal wir müssen die nicht unbedingt jetzt killen wir müssen auf jeden fall weiter und weiter ist ja wo ist denn weiter weiter ist sie durch nicht der walter ist sie durch nein weiter vielleicht doch gerade wenn man sagt sie gibt es nicht zu sehen gibt es extrem viel zu sehen und das sieht richtig gut aus hier diese landschaft ist amazing fucking nice also auf jeden fall note 1a hier wie in amerika die bewerten auf jeden fall sieht das sehr sehr nice aus also wirklich vom grafik her und es ist nicht nur 4k worauf ich spiele und in 4k sieht das bestimmt sowas von göttlich aus boah bis zum geht nicht mehr man kann nie wissen wann man das mal braucht du sagst es so und wir müssen nach wie vor hier lang boah das sieht echt richtig es tut mir leid dass ich die ganze zeit davon schwärme wie geil das aussieht aber es sieht wirklich einfach richtig richtig geil aus ja nach wie vor kauft das spiel spielt es und habt spaß wie ich dann auch habe auf jeden fall sehr sehr nice oh da hinten ist eine blechbüchse ich glaube da müssen wir vorbei oh es sind sogar zwei wenn ich mehr über diese maschine erfahre kann ich sie vielleicht überbrücken das ist eine gute idee aber wie erfahre ich mehr über sie bin ich hier versteckt ja die frage ist wie machen wir das dass sie uns nicht entdecken und wir vorbeikommen erstmal hier ein paar pfeile herstellen weil die sind definitiv auf meinem weg so mal gucken jo steinchen fliegt aber weit steinchen fliegt aber weit steinchen fliegt aber weit ich hoffe jetzt wird es jetzt wird es lustig so noch ein steinchen hinschmeißen hat mich noch nicht gesehen ok jetzt hat er mich gesehen what the fuck das war's so schnell sind wir tot ist das jetzt euer ernst oha damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet dass wir so schnell verrechnen und dann sind wir tot wow ja das zeigt dass die maschinen böse sind ja jetzt habe ich noch schluck auf sorry ja die maschinen sind böse mal gucken wie weit wir zurückgesetzt worden sind am lagerfeuer ok ja das ist jetzt nicht wirklich viel aber ja ich glaube das ist gar nicht mehr so weit weg von wo wir waren genau da hinter der brücke und da war das schon ja jetzt halt die frage kann ich die wirklich irgendwie unter äh überbrücken oder wie war das so auf jeden fall hier lang oder war das dahinter der brücke ja das war dahinter ach vielleicht muss ich gar nicht da lang warte mal musste ich da lang achso ich hätte hier außen lang gehen können achso hier lang bin ich gelaufen oder und hier bin ich verrückt ach was weiß ich wo ich verrückt bin auf jeden fall wir gehen mal diesen weg mal gucken ob das besser läuft oh da ist was mit steinen eingemeißelt teufels was teufelsleid ok oder waren wir durch diese brücke durch man weiß es nicht doch ich glaube ich bin da hinten lang gelaufen ne aber die sehen auch nochmal anders aus was hat hier für viecher hey du ja ich bin hier guck mal komm du mir mal her ok alles klar du kannst feuer schießen so gegen was ist empfindlich schwäche gegen ähm ist das feuer er brennt oha es kommt auf mich zu es ist groß hilfe was habe ich gemacht hilfe geh weg ähm oha wie das alles brennt ach wir haben ihn geschockt boah was ne maschine shit kritische treffer los yes nochmal ok jetzt sollte ich abhauen jetzt sollte ich abhauen das macht es nicht schwieriger ok das war auf jeden fall sehr sehr geil können wir die herstellen ja wir können die herstellen stimmt das kann ich alles herstellen warum habe ich das nicht gemacht ja das ist aber fies dass sie zu zweit hier ankommen das sich aber nicht ein nein lass mich doch in ruhe oh man es wird hektisch es wird hektisch ok der ist geschockt direkt kritischer treffer und abhauen 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 ich will auf jeden fall so einen teil besiegen und auch wenn es nur ein teil ist doch komm schon ja klar versteckt uns hinterm baum das nützt nichts ja ist doch gut jetzt ist doch mal gut hallo die sind ja schlimmer als äh keine ahnung ja das ist ein bisschen doof dass ich gegen gleich gegen zwei gleichzeitig dabei will ich doch nur den einen erwischen ach du Trixi das geht nicht ich komme nicht gegen zwei klar nein ich muss abhauen sorry das geht nicht weil wenn ich den einen greife stört mich der andere und umgekehrt ok jetzt können wir was reißen und komm noch ein noch ein yes wir haben die eine Maschine besiegt nice ha wer ist gut ja natürlich wir sind so was hat die Maschine noch ok das war's wir können jetzt auch die zweite besiegen aber ich denke mal wir lassen das weil ja es frisst schon viele ressourcen die kalt zu machen auf jeden fall immer wieder die falle hier benutzen nicht vergessen dann hier das alles voll machen oh hier fehlt sogar was das können wir voll machen und das können wir auch voll machen ich hoffe ich laufe richtig ja wir laufen richtig lasst mich in ruhe geht weg ihr bösen Maschinen ihr seht mich sowieso nicht ich bin unsichtbar ja wo bin ich dann sag ich doch ich bin unsichtbar da guck nur der köpfe hier raus ähm was halt ein bisschen komisch ist hier gibt es nicht mal ein einziges Lagerfeuer beziehungsweise ich sehe gar nichts na gut wir laufen ein bisschen weiter wahrscheinlich gibt es hier ich muss irgendwas wahrscheinlich wieder hier brücken wahrscheinlich so einen langen Hals und dann öffnet er mir hier alles wo ich sehen kann wo was ist joo na komm sammle auf sehr nice das nehme ich doch mit ich glaube wir laufen nicht falsch oder naja wird schon der richtige Weg sein ah doch da oben ne warte mal sind wir hier verreckt ach guck mal jetzt sieht man noch die Feuerstellen hier zieht man die Feuerstellen ok da ist da oben ein bisschen gefährliches gehe ich erstmal doch tatsächlich mal an diese eine Feuerstelle und aktiviere sie falls wir irgendwie abnippeln dass wir dann auf jeden Fall irgendwie ja gesaved sind da hinten das ist hört sich gut an hört sich nach einem Plan an nach einem Plan das ist ja noch so ein hässliches Viech das ist schon krass die halten schon viel aus es kann aber auch einfach nur sein dass ich die falschen sieht aus als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herum tragen ja halt dass ich eine falsche Taktik gegen die benutze dass ich halt eine falsche Taktik gegen die benutze und dementsprechend dauert das so lange bis ich die flach lege na gut dann würde ich mal sagen dass wir hier den Part beenden ich bedanke mich fürs Zuschauen wenn es dir gefallen hat like das Video, teile das Video und lass mir doch auch ein paar Kommentare und ein Abo da ja ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder und bis dahin sage ich bye bye winke winke und ciao ciao so den erwischen wir noch ein glorreiches Ende also bye bye